Technische Beschreibung. Langsame Reaktion des Sauerstoffsensorkreises Bank 2, Sensor 2. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehler-Code DTC ist ein generischer Antriebsstrang-Code, der für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt. Obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Marke-Modell variieren. Hierbei handelt es sich um den hinteren Sauerstoffsensor auf der Beifahrerseite. Bank 2 ist die Seite des Motors, die Zylinder Nummer 1 nicht enthält. Sensor Nummer 2 ist der zweite Sensor stromabwärts des Motors. Dieser Code zeigt an, dass das Motor-Luft-Kraftstoff-Verhältnis nicht wie erwartet durch das Sauerstoffsensorsignal oder das ECM eingestellt wird oder nicht so oft wie erwartet eingestellt wird, sobald der Motor erwärmt ist oder der normale Motor verwendet wird. Symptome. Sie werden wahrscheinlich keine Probleme mit dem Fahrverhalten bemerken, obwohl es Symptome geben kann. Ursachen. Ein Code P0159 kann bedeuten, dass eines oder mehrere der folgenden Ereignisse aufgetreten sind. Der Sauerstoffsensor ist defekt. Die Verkabelung zum Sensor ist defekt ausgefranst. Es liegt ein Abgas-Lag vor mögliche Lösungen. Am einfachsten ist es, den Code zurückzusetzen und zu prüfen, ob er zurückkommt. Wenn der Code zurückkommt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Sauerstoffsensor auf der Beifahrerseite. Sie werden es wahrscheinlich ersetzen, aber Sie sollten auch diese möglichen Lösungen in Betracht ziehen. Abgas-Lags prüfen und beheben auf Verdrahtungsprobleme prüfen. Kurzgeschlossene, ausgefranste Drähte. Überprüfen Sie die Frequenz und Amplitude des Sauerstoffsensors. Erweitert überprüfen Sie, ob der Sauerstoffsensor beschädigt oder verunreinigt ist, und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls auf Zuluft-Lags. Prüfen überprüfen Sie den MAF-Sensor auf ordnungsgemäßen Betrieb. Untertitelung des ZDF, 2020